ja hallo und herzlich willkommen zurück bei Tom Raydear ja in der letzten Folge jetzt vielleicht festgestellt hab, war auf einmal an der Ton weg, hab ich mir festgestellt oh hat sich auf einmal da, äh, der, äh, Dings anbelangt, das war richtig gut, deswegen mir nicht noch... Ich sage, gib mir was zu rauchen und das Buch gehört dir. Komm schon, ich schulde dir den Wasch. Keine Floppen, kein Buch. Klar, ich geh einfach zum Kiosk an der Ecke und hol dir ne Schacht. Hahaha, meld dich für das neue Wrack, da gibt's bestimmt jede Menge. Verdammt, gib mir das scheiß Buch, es ist das letzte der Reihe, ich suche seit Monaten danach. Absolut, das ist gut. Hast du wissen, wie es endet? Nein, halt's Maul, sag bloß nichts. Hahaha. Du bist ein Mistkerl. Was zur Hölle? Ja. Ich würd sagen, die sind tot. Und wir gegen Berghausgut. Und, ähm... Im Haus da drüben ist ein Geocache noch auf jeden Fall. Die Frage ist nur wo. Wenn du doch ein Dach oben... Doch. Sieht nicht aus, weil das nicht... Das... Allo. Was nicht viel gebracht hat. Schade. Okay. Sie sind aber in dem Haus drin, ja. Sag mal, wo kommt die denn her? Weil wohl die wahr sein. Und hier wieder hoch. Und hier hoch. Auf das Dach kommt man nicht. Oh, das ist ganz... Oh, ganz unten gibt es hier irgendwie nicht so wirklich. Au! Okay, fast weggebürnt. Burn, burns, burns. Da. Ach, hier. Dann haben wir den Geocache auch. Yeah, wir sind so gut, wir sind so gut. Haben wir alles auf der Seite schon gesammelt. Wahnsinn. Wir brauchen... Die Erfahrung brauchen wir ja, um uns aufzumächsen. Und, ähm... Werbungssuch brauchen wir ja auch noch ohne... Endlich viel, äh... Das wird noch ein riesiger Spaß. Auf jeden Fall noch ein bisschen Munition, die wir nicht nehmen können, da wir voll sind... Mü nervesug borrowed... Mü压 Talking... Auf jeden Fall. Entschuldigung. Gut, hier ist nichts weiter... Da ist... Willst du aufschießen? Oder noch mehr? URV Echt nur Erfahrung? Nee Rechts wird ein Geokisch angezeigt Oh, der ist da draußen Wo ist der? Ich höre noch, ich sehe ihn nicht Ey, Geokisch Ey, hier unten waren wir doch schon mal Echt, wir haben den Geokisch dann hier übersehen Hier oben, die Typen Entschuldigung, den Pfeifen, aber ich sehe ihn nicht Aua Oh, dieser Strindelfeil ist mir richtig gut Okay Wo ist er hin? Oh, zack Tod Okay Hier lag doch noch einer Hallo? Wir müssen irgendwie da hoch Ah So, den haben wir auch Zur Ruhe gebettet haben wir immer noch ein paar Jetzt nichts mehr Besonderes Wir müssen irgendwie da runter und da rüber Denn da ist dann das Was viel wichtiger ist Nämlich da sind nämlich noch ein paar Sachen Die wir nicht gefunden haben Aua Das ging tief runter Das tat weh Ähm Und rüber Gute Frage Irgendwas über Funk Sind die hier drinnen? Ja, die waren hier drinnen Aber wo? Die anderen Ich höre sie reden, aber ich sehe sie nicht Okay Kein Alk Kein Alk Keine Bücher Ach, da oben Nichts als scheiß Welt Und hier hoch Und hier rüber Tod Ich habe doch noch was anderes Jetzt, oder? Ach Pfeile sind das gut Kommt der her? Ist mir egal Ist tot Höh Hier runter Wird G Services Vier Okay Okay, ich will also ballern, aber ich seh's nicht. Ach, da oben. Okay, den haben wir. Scheint auch schon wieder das gewesen zu sein hier. Gut. Ja, und? Irgendwo? Ja. Ich laden mal nach, kloppe das hier auf und ein Tagebuch. 24. Oktober 1994. Meine Geduld wurde belohnt. Endlich habe ich meine eigenen Leute, meine Vollstrecker. Die Stürme haben mir genau die Männer gebracht, mit denen ich die Bruderschaft der Solari aufbauen kann. Stark, aber willensschwach. Der Sturm hat sie gebrochen, geschwächt und verletzlich gemacht. Und ich habe sie wieder gestärkt. Jetzt dienen sie mir und durch mich, ihr, der Sonnenkönigin. Sie zeigt mir den Weg. Sie hat mir immer den Weg gezeigt. Ich kann nicht leugnen, was ich gesehen habe. Und ihnen wird es bald genauso gehen. Sie ist überall auf dieser Insel. Aber die Bruderschaft der Solari muss wachsen. Wir werden so viele wie möglich rekrutieren. Ich erlasse Gesetze. Einen Kodex, nach dem sie leben. Sie bauen für die Sonnenkönigin, während ich den Schlüssel suche. Files hat ein Kultwarf Gläubiger geschaffen. Hier könne man Moral und den Verfall und Gewalt besser rechtfertigen. Ja, das stimmt wohl. Und ein Geocache muss hier auch irgendwo noch sein, aber... Ich weiß nicht, wo der denn scheint. Der muss ja dann hier oben liegen. Geocache ist dann noch ein Ding. Oben liegt noch ein Geocache. Das ist schon der nächste, das ist der Berg. Halt, genau. Der Angeocache, der Angeocache. Und natürlich zur Ruhe gebettet fehlen auch noch einige. Hm. Oh, hier geht's gar nicht hoch. Ups. Äh, äh, Dorf. Hüpsasa. Und... Ja, und das ist das Lager, oder? Nein, das muss schon hier sein. Das muss hier sein. Die Frage... Die Frage... Ach. Ja, wie kommt man da noch hin? Ich würde sagen, so kommt man hier hin. Okay, dann auf das Ganze. Und? Dieser goldlackierte Inroh enthält Schreibgerät und eingetrocknete Tinte. Wahrscheinlich Eigentum eines Hofschreibers oder Historikers. Ja, das ist gut möglich. So, dann haben wir alle Liquidien auf dieser Map gefunden. Wir müssen uns nur noch um die, ähm, Geocache besuchen. Und natürlich, ähm, zum Tote Zurücker hier, ähm, zur Ruhe gebettet. Ähm, da gibt's, glaub ich, noch ein paar mehr. Zwei sind hier direkt noch. Und einer ist da vorne. Dann sammeln wir auf jeden Fall noch die Geocaches. Einer ist hier. Und der andere ist irgendwo in dem Haus da drinnen noch. Okay, dann... Hüps, hier rüber. Das ist die Frage. Ungefähr hier auf der Höhe ist der. Aber dann, was hier oben ist, der Geocache. Ich glaub's fast nicht. Ich glaub, noch höher kommen wir nicht, oder? Doch, wir kommen noch höher. Das Ding fährt doch, aber die... Wagen sind komischerweise fest. Warum auch immer. Das wird schon sein Sinn. Und da blinkt's doch. Gut, dass wir den übersehen haben. Und... Dann ist da noch... Einer da, wo wir... ...gekämpft haben, also die Treppe nach oben rollen. Aua, hat mir wehgetan. Hab mir Aua gemacht. So, hier runter. Hier runter und dann darüber zum Wasser. Woa! Warum gut, dass wir uns umgeguckt haben? Da ist nämlich so ein Ding, was wir kaputt brennen müssen. Und... Ziehen. So. Ein Abbild zerstört. Und... Ich hab nur noch zwei Abbilder, oder? Das wird doch ein Spaß, sie zu finden. Da ist das Geocall. Was hast du dir dabei gedacht? Du hast mir da rein, wir wollten es alle begonnen haben. Aber du Idiotas ist das von der Pfanne. Torsi! 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 nebenbei kann man nicht gut Bergungsgut noch sammeln, das ist sehr nice das Bergungsgut brauchen wir auch noch zur Genüge das Wasser die Frage aber in der nächsten Vorgehen noch weiter machen, direkt mit der Story da muss man noch ein bisschen umgucken also ja, wir können ja auch dann danach noch das alles sammeln wo es einfach fast hier ist, kann man uns noch in die Folge ein paar Minuten länger da die ja noch ein paar Minuten gehen muss ja, die hatten im Unfall ein paar Minuten länger aber wir können ja wissen, hier gucken, ob wir hier doch die letzten beiden Abbilder finden weil dann hätten wir nämlich die Map auf 100% hier hoch war ganz gut oh, das ist eh noch Erfahrung da ist zumindest Erfahrung noch drüben, geil einiges in Erfahrung liegt hier noch rum also es ist zwar nicht viel Erfahrung, aber ein bisschen Erfahrung ist ja oah oah, hier geht auch nichts runter ich weiß aber nur noch nicht, wo es hier runter geht, ganz ehrlich aber man sieht ja, dass hier unten was ist das ist wirklich schon der Weg gewesen sein das Ding wegbrennen, okay und jetzt ziehen wir es weg nur die Frage, wo jetzt der letzte ist nein, hier geht es nicht oh, ups da haben wir den ersten gefunden nee, das ist der Nichtleiter weiter weiter, okay okay da geht es noch höher, gut ich ziehe mal von hier oben was ich glaube es war fast nicht, dass wir von hier oben ach ich dachte, das haben wir auch schon abgeschlossen wo haben wir auch schon nee, das ist nichts können wir hier das Seil einhaken oder gerade rot okay, ich sehe nicht, wo wir das einhaken können müssen wir sonst so zu Fuß laufen hmm, das ist nicht gut das müssen wir den ganzen Weg darunter stecken ich dachte, wir sind mal geliebt von hier oben ein bisschen was aber war nicht so, dass es intelligent ist, hier hochzukommen schön in die Suppe reingeschoben ist das einer? unsere Befinnen preisen euch, unsere Herzen ehren euch, mit Feuer sind wir an euch gespürt Volker, auf die Ferne, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhh Wegooom Nee, sieht nicht aus wie einer von denen, oder? Aber hier. Das war also das, was rot aufgeleuchtet hat. Und ziehen, 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 ziehen. Jee. 100% Fortschritt in der Karte. Wow. Richtig gut. Dann können wir ins Laderfeuer gehen und die Folge damit beenden. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Tom Rater 2015. Bis dahin. Kommentiert, favorisiert, teilt und noch viel mehr, die Kleinen. Und bis dahin. Tschüss.